Hey Kleiner, willst du was zu essen? Ich hab noch ein paar Reste. Äh, äh, nein danke, ich hab keinen Hunger. Hm. Ha, keinen Hunger, was? Und Sie wollen wirklich nichts mehr? Nein, nein, warum gutes Essen und einen alten Sack wie mich verschwenden? Na, sag schon. Warum hast du gesessen? Keine Sorge, morgen früh verschwinde ich hier. Hey, hey, ganz ruhig. Mein Name ist Joe. Ben. Freut mich, Ben.